Ich habe so kein Gefühl in der Hand. Kennt ihr das? Herzlich Willkommen Leute bei einer weiteren Folge Mario. Ich bin auch unzufrieden gerade mit dem Licht. Das ist so dumm, ich kriege das nicht mehr gebacken. Dann mache ich da hinten das Licht an, alles ist scheiße. Einige haben Angst, dass ich verrückt werde. Keine Sorge. Ich habe mich nicht verriegert. Ich bin schon verrückt. Okay, ich muss hier, äh, Joshbock. Ich muss hier, äh, Jörg. Jörg, nein. Ah, ich dachte, hast du alles nicht gerade eben drauf? Was platzt da eigentlich hinten an meinem Arsch? Okay, 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 also ich muss. Deshalb bin ich behindert. Nee, nicht direkt am Anfang. Das ist nicht gut, wenn man so früh ragt. Ja, okay. Muss ich ihn irgendwie wegschleppen. Und jetzt? Und jetzt? Muss ich die ganze Zeit in der Hand halten oder was? Nein, ihr lügt. Okay. Okay, ich bring ihn einfach um. Was mache ich jetzt damit? Okay, los. Drauf irgendwie, reite. Reite wie der Wind. Muss ich ihn jetzt die ganze Zeit rumtragen wie so ein Pimmelkopf? Nein, oder? Ja, okay, es geht. Aber trotzdem, das sehe ich gar nicht ein gerade. Boah, es ist schwierig. Ich muss die ganze Zeit eine Taste drücken und noch eine. Und, wie habe ich das gemacht? I don't know, but it was fucking good, you know? Ich habe so kein Gefühl in der Hand. Kennt ihr das? Es ist unmöglich. Ich weiß, das sage ich oft. Ich kann aber so, wenn ich diesen Pimmelkopf halte, nicht gescheit springen. Mario spielt dann immer direkt wie ein Escalator. Es geht. Ja, Mario duckt dich. Guter Plan. Mario ist jemand, der sich gerne auch mal duckt. Wenn es, ähm, passt. Mario. Muriel. Es ist echt zum Vollkacken. Und ich speicher nicht, denn ich bin ein Kind. Ich speicher so ungern ab, denn Kinder speichern ungern ab. What? Alter, wie gut ich auf einmal bin. Okay, weh, da kommt jetzt irgendwas, ne? Ich dachte, er frisst es. Ihr Lügner. Supi. Ist ja wirklich supi. Da, das kann ich jetzt essen bestimmt. Komm her. What? Ach so, meine Damen und Herren. Ich bin zu dumm um das Scheißfeuer. Was bringt mir das jetzt? Nix? Ich bin aber erstaunlich gut gerade dafür, dass ich Sackkopf den, den Dödel da am, am, am Lappen hab. Am Lappedoodle durch. Woohoo. 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 Jetzt macht das alles noch ein bisschen mehr Sinn vom Timing her. Oder doch nicht? So kann man sich täuschen. Das war schon knapp. Alter, Alter, bin ich gerade ein Tier? Habt ihr mich schon, habt ihr mich schon jemals so tierisch erlebt? Hey, bis jetzt ist es voll einfach. Hä? What the fuck is that? Why is it so ein fake? Ein fake. Warum ist das so ein fake hier? Euer Ziffel. Ähm, Edie. Doch, ich muss sie bestimmt essen, sonst geht's, sonst geht irgendwas wieder nicht. Ist mir scheißegal. Ah, die Sonne muss ich, glaub ich, essen, hab ich gehört. So. Und jetzt? Ich hab was falsch gemacht, gell? Ich hab was falsch gemacht. Kann der jetzt irgendwas, der Depp? Er kann doch gar nichts. Warte mal. Woohoo. Leute, ich spring mal gegen das Ding, aber glaub ich... Nee. Game over. Ich kann's so vergessen, diese Scheiße hier. Tschüss, fick dich. So, Mario, lass dich mal schön zerdrücken. Ist nur mal im Ernst, sag mir halt, wie das weitergeht. Dann mach ich weiter. Mensch, Kartoffelsalat. Bis dann, gell? Ciao, ciao. Woohoo. I can do it. Ich weiß, ich muss da irgendwie hoch. Buh. Hä? 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 Ach so. Yoshi! Alter, ich bin ein Tier. Ich bin ein Tier. Man musste doch... Man musste alles fressen, so eine blöde Scheiße, ey. Man muss springen und loslassen, damit er da hoch springt, der Bock. Woher soll ich das wissen? Mensch, kann ich jetzt so fickerig reiten? Und jetzt? I believe I can fly. Hä? Was hab ich... Was hat mich jetzt da getroffen? Okay, also ich kann jetzt mit dem fliegen. Okay, 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 okay. Scheiße! Ist schwierig, aber leicht. Alter, Yoshi, verarsch mich nicht. Wir sind eindeutig in die Dinger reingeflogen. Bam, 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 bam. Hä? Wo? Yoshi, was hat dir jetzt gerade weh getan, du glügend verseuchtes Stück Sch... Kinderfernsehen, denk dran. Es ist so krass, Yoshi! Mal, kann ich durch die Dinger durch? Also vielleicht drückt ihr mir irgendwas am Sack oder so, ich weiß es nicht. Das gesehen, ich kann sogar auf dem Ding re... Okay. Okay, okay. Das ist jetzt ziemlich easy peasy. Ah, geh weg. Also das da hinten ist irgendwie... Okay. Oh Gott! Nein! Scheiße, da hört die Kraft auf! Okay, okay, aber... Ja, locker. Wofür hab ich denn bitte schön den Ding da hinten? Oh. Alter, bin ich ein Tier? Oh Gott, ich bin so ein... Ich bin so ein Tier. Mit dem ersten Sprung. Okay. Ich glaube, ich weiß, wohin ich jetzt muss. Alter, Mario, wenn er groß ist, ist er voll... Voll groß. Warum wird das dann so krass schnell? Hä? Wie krieg ich denn den Jump darüber? Ey, Leute, hopp. Hopp. Ich... Man denkt irgendwie, ja, juhu, Killer hat's drei Meter weiter geschafft. Und das war's. Äh. Ich fang gleich auch zu weinen. Menschenskinder. Brrrr. Ich kann diesen scheiß Sprung gerade nicht deichseln irgendwie. Mario? Mario! Da-da! Er ist zu fett, aber hier, natürlich springt er... Hä? Ah! Oh Gott. Ah! Nein! Das ist eine Verarsche. Mario? Wow, Mario, du bist ganz schön schnell unterwegs, wenn du da runterkrabbelst. Du... Das ist echt? Ey, ich bin mit 8 Dinger, ich hab hier hinten, ist der Dich? Oh, das ist eigentlich nur den Rädern, und ja. Und ich bin immer auf dem Park. Das ist so. 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 Vielen Dank.